Ein elektrisches Bewusstseinsgewitter, das uns die kommenden Wochen in Atem halten wird, braut sich gerade zusammen. Diese Energie wird alles verstärken, was sich jetzt in unserem Leben zeigt. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Science-Potential-Coach und Chakra-Therapeutin. Dieses Bewusstseinsgewitter ist Teil eines mächtigen Übergangszyklus, der sehr wichtig ist. Und dieser sollte auch von uns gut genutzt werden, denn die Menschheit befindet sich in einem gigantischen Wandel, doch braucht es unser Zutun, da die Dunkelkräfte noch viel zu aktiv sind. Es wird in den kommenden Wochen vieles an die Oberfläche steigen, was bewusst im Verborgenen gehalten wurde oder unbewusst auch in uns selbst unterdruckt würde. Es können schockierende und herausfordernde Dinge und Informationen ans Licht kommen. Doch auch, wenn uns vieles erschrecken wird, dürfen wir dies als reinigendes Gewitter betrachten, welches uns in unsere Kraft bringen kann. Diese Reinigung und Bewusstwerdung verhilft uns eine neue Bewusstseinsebene der Eigenermächtigung zu betreten. Es sind energetisch sehr hoch aufgeladene Wochen. Wenn du also in nächster Zeit sehr sensibel bist, ist dies eine Aufforderung, in dich hineinzuspüren, sorgfältig auszuwählen, was du tust und was du liebst. Dieses Gewitter verstärkt alles, was sich in unserem Leben zeigt und in unsere Emotionen tritt. Dies geschieht, damit wir achtsamer werden und hinter unserer eigenen Fassade als auch hinter die Fassade im Außen schauen können. Diese Zeit kann uns wütend machen. Wir können regelrecht in einen Rausch verfallen und uns für unsere Wahrheit aufstehen, für sie einstehen. Aber wir werden auch immer wieder starke Müdigkeit spüren. Diese Wochen können sich spirituell sehr lebendig anfühlen, aber wir brauchen auch immer wieder Ruhephasen für unser Gleichgewicht und für unsere Erdung. Bewusstseinsgewitterperioden sind sehr kraftvoll, denn sie sprengen unsere Grenzen als auch unsere Begrenzungen. Sie läuten immer einen neuen Klarheitszyklus ein. Sie wirbeln vieles Ungereimtes ans Licht und dies wirkt erst einmal auch sehr chaotisch auf uns. Ich habe das heute zum Beispiel gespürt. Ich war zum ersten Mal bereit, keinen Podcast, keine Folge zu sprechen, weil ich hatte einfach nichts zu geben. Ich war energetisch einfach so stark verbunden mit den dunklen Plänen der anderen Seite, dass ich bin einfach nicht in der Lage gewesen, eine Folge zu machen und freue mich natürlich, dass sich das jetzt doch noch geändert hat, wenn auch nur eine kleine Information. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, gehe immer wieder in die Natur, um dich zu erden und achte auf gute Nahrung und für dir auch ausreichend lebendiges Wasser zu. Lasst uns zusammenhalten, das ist ganz wichtig. Lasst uns zusammenhalten, Communities beitreten, uns auch vor allen Dingen mit unseren Brüdern und Schwestern in Österreich verbünden. Wir ahnen, es werden derzeit sehr ungute Pläne auf unserem Planeten verfolgt. Es ist sogar gut möglich, dass das ganze aktuelle Getöse von den wahren Plänen ablenken soll. Sind wir so sehr mit dem Aufdecken der Wahrheit, den Statistiken, den Lügen etc. beschäftigt, dass wir leicht übersehen können, was wirklich vorbereitet, durchgeführt und installiert werden soll? Die bewusste, erzeugte Spaltung unserer Gesellschaft ist ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass wir als Gemeinschaft eine Gefahr für ihre dunklen Pläne sind. Lasst euch nicht spalten, das schwächt uns. Wir werden unsere Kraft brauchen. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.